Topfgucker TV empfiehlt Hallo, herzlich willkommen bei uns im Restaurant WENN. Mein Name ist Marcel Spahn, ich bin hier Küchenchef seit fünf Jahren. Wir kochen heute hier eines meiner Lieblingsgerichte, das ist die Goldforelle mit einem Kartoffelsotto, marinierten Krummquat und Grünkohlen. Unsere Goldforelle bekommen wir von der Firma Ursprung aus Saalhusen. Das ist eine Teichwirtschaft, die produziert nur diese Fische, wenn die bestellt wird. Also es gibt so eine Fischaktie und dann weiß der Bauer halt schon mal, dass er so und so viele Fische zum Verkauf hat. Und das ist ein sehr gutes, nachhaltiges Prinzip und das unterstützen wir hier gerne. Goldforelle ist ja quasi sozusagen ein Gendefekt gewesen, so ein bisschen. Das hat man dann halt eben hergenommen, um dies herzustellen. Wir wischen das mal ein bisschen kurz aus, die sind ja frisch gekommen heute extra. Wir filetieren halt ganz klassisch hinter dem Kopf. Schneiden wir es eben ein und drehen das Tier nochmal um. Nehmen das auf dem Rückgrat. Und auf der Mittelgräte komplett entlang, bis nach hinten. So. Dann haben wir ein wunderschönes erstes Filet schon mal. Dann haben wir ein bisschen die Bauchgräten noch, entfernen wir. Den Bauchlacken weg. Bisschen den Drahen weg machen. Ziehen noch die restlichen Gräten raus, dann wäre das Filet fertig. Wir machen jetzt die Kumquats. Die habe ich jetzt hier schon mal vorblanchiert, weil die eine relativ wachsige Schale haben und sehr viel Bitterkeit besitzt. Und durch das Mehrfachblanchieren werden die etwas wilder vom Geschmack her. Wir schneiden die in Scheiben. Kumquats hat ja relativ sehr viele Kerne. Die holen wir dann alle natürlich noch raus. Kumquats sind kleine Zwergorangen, die etwas eher gepflückt werden. Und ja, sie sind halt natürlich ein bisschen aromatischer vom Geschmack. Haben ein kleines bisschen eine schöne Säure an sich. Und ja, ich benutze die gerne, weil sie mir eigentlich am besten schmecken. Lässt sich sehr viel kombinieren halt damit. So, wie gesagt, am Anfang ein ganz klassisches Karamell einfach herstellen. Das bedeutet einfach Zucker nehmen. Den karamellisieren lassen. Dazu nehmen wir in dem Fall so gleich ein bisschen asiatischen Touch reinzubekommen. Sarke, kompletter Reiswein. Das ist halt ein bisschen aromatischer als ein normaler klassischer Weiswein. Löschen das dann erst mit der Sarke ab. Danach mit dem Orangensaft. Geben dann die Gewürze dazu. Das reicht schon von der Farbe. Lassen natürlich den Zucker jetzt komplett auflösen. Also einkochen lassen, das Ganze. Ein bisschen Sternanis, ein bisschen Zimt und so einen kleinen Lobeerblatt. Der restliche Geschmack kommt durch den Sarke. So, jetzt ist der Sarke verkocht. Der Zucker ein bisschen gebunden hat das Ganze. Und jetzt geben wir noch Orangensaft dazu. Lassen wir das Ganze auch nochmal ein bisschen ankochen. Der Fond ist jetzt ein bisschen reduziert, das Ganze. Wir geben dann halt hier unsere geschnittenen Kumquats einfach mit rein. Und lassen die hier drinnen ein bisschen in dem Sud ziehen. Sozusagen, dass die einen schönen Geschmack von dem Orangensaft nochmal zusätzlich annehmen. Und ja, genau. So, wie gesagt, nochmal kurz aufkochen lassen, das Ganze. Und dadurch werden die auch die Schale weicher. Da kann man auch die Schale halt bedenkenlos mitessen. Im nächsten Schritt machen wir das Kartoffelsotto sozusagen. Wir haben jetzt hier festkochene Kartoffeln genommen. In kleine Würfel geschnitten. Also, ja, nicht zu groß, nicht zu klein halt. Das Ganze. Geben das Olivenöl in die Kasserole. Ja, schön gebraten. Und halt anschwitzen das Ganze. Wir würzen das schon mal ein bisschen mit Pfeffer und Salz. Wir nehmen halt hier runden Pfeffer. Alle Gewürze halt drinnen. Ein bisschen scharf, ein bisschen süße. Und ja, Salz nehmen wir halt quasi, das ist ein Ohrsalz. Kein Lodsalz, weil das einfach vom Geschmack halt, das Salzgeschmack milder ist. Und weil es halt auch ein bisschen schöner ist vom Geschmack halt. Wir löschen das mit Sahne einfach nur ab. Und lassen die Sahne einreduzieren. So werden ja auch die Kartoffeln gleichzeitig gegart. Wie gesagt, ein ganz simples Gericht, was man eigentlich sonntags mal schnell nachkaufen kann. Und also vorher natürlich die Zutaten da haben muss. Und ja, aber es ist eigentlich ein relativ schönes, einfaches Gericht. Wenn jetzt die Sahne so ein bisschen angezogen ist beim Einkochen, binden wir das hier Parmesan noch ein bisschen ab, damit es halt ein bisschen cremischer wird das Ganze. Und das ist dann eigentlich so ein bisschen unser Soßenersatz für dieses Gericht. Also weil wir hier gedacht haben bei dem, keine Soße. Keine richtige, wirkliche Soße. So, jetzt lassen wir das mal ein bisschen einkaufen. Dann ist schon unser Kartoffelsotto für das Gericht fertig. Wir braten halt hier jetzt in der Goldforelle an. Pfanne, ein bisschen erwärmen lassen das Ganze. Machen wir jetzt hier einfach eine Portion, halbes Filet. Für einen Zwischengang oder für den kleinen Hunger ist das eine ausreichende, gute Portion das Ganze. Kleine Stufe, so ein bisschen. Müssen wir bei der Goldforelle ein kleines bisschen das Filet runterdrücken, sonst ist die Haut wälzt sich dann durch. Und wir wollen eine gleichmäßige goldene Farbe haben. Wir salzen halt hier auch nur ein bisschen mit dem Rohrsalz wieder. Und den Pfeffer. Und dann das Ganze anbraten lassen. Ich mache es immer gerne so, halt ein Drittel von der Hautseite. Danach geben wir ein bisschen Butter in die Pfanne. Wir haben ein gutes Produkt, da kann man auch das Produkt für sich ja eben sprechen lassen. Wenn wir die ein Drittel eben haben, machen wir die Hitze ein bisschen runter. Geben ein bisschen Butter in die Pfanne. Und arosieren sozusagen das Filet mit der Aromabutter. Dann kann man eigentlich schon die Hitze halt ausstellen, das Ganze. Einfach nur mit der restlichen Hitze. Gleich halt nochmal ein bisschen Sonne. Dann drehen wir das Ganze einfach um und lassen die restliche Seite von dem Fleisch einfach ziehen. Und ein bisschen Butter noch über die Haut geben. Und genau. Im letzten Step braten wir den Grünkohl, auch Kehl genannt, ganz kurz an. Ich würde sagen, dass er halt trotzdem noch bissfest bleibt. Aber hier haben wir wirklich die ganz feinen Blätter einfach nur. Jetzt sieht man ja schon, dass es eigentlich sehr schnell gar wird. Wie gesagt, davon auch ein ganz bisschen Salz, ein bisschen Pfeffer und dann haben wir unseren leicht angebratenen Grünkohl auch schon fertig und könnten jetzt schon zum Anrichten übergehen. Wir nehmen dann unsere gebratenen Kartoffelwürfel, ein bisschen mit Sahne einfach abgelöscht, dann einreduziert und mit Parmesan gebunden. Wir nehmen dann unseren gebratenen Grünkohl, unsere marinierten, eingekochten Kumquats. Am besten halt wirklich so ein bisschen auf den Grünkohl mitgeben. Wir geben jetzt hier bloß nochmal ein Maldodextrin-Pulver, das ist eine modifizierte Speisestärke. Wir haben ein Mandel-Orangenöl genommen, mit dem Pulver vermischt. Wenn man das natürlich dann so isst, danach im Mund hat, dann löst sich das Ganze auf. Und man hat sozusagen die Soße für das Gericht einfach im Mund schon mit drin, obwohl es eigentlich jetzt nicht auf dem Teller wie ausschaut, dass wir eine Soße dabei haben. Viel Spaß zu Hause beim Nachkochen oder falls mal Fragen sind, einfach hier bei uns ins Restaurant Ven reinkommen. Die Küche steht jederzeit zur Verfügung. Einfach reinspaziert und Fragen stellen halt. Ich freue mich auf alle Fälle auf euch. Ich wünsche euch guten Appetit.